Hallo, hier ist die Katharina. Ich habe folgende Technik für das Loslassen des Musters. Ich muss perfekt sein. Wie mache ich das? Ich arbeite mit Emotion Tapping. Das ist eine Klopftechnik, die dem Körper hilft, die Emotionen anzunehmen, loszulassen, das ganze System wieder zu harmonisieren. Und bei diesem folgenden Muster des Perfektionismus verwende ich folgende Affirmationen. Dabei nehme ich zwei Finger und klopfe vorsichtig auf die Schläfen. Ich sage dabei, ich liebe und akzeptiere mich mit und ohne meinem Muster, ich muss perfekt sein. Ich liebe und akzeptiere mich mit und ohne meinem Muster, dass ich perfekt sein muss. Ich liebe und akzeptiere mich mit und ohne meinem Muster, dass ich perfekt sein muss. Ich entscheide mich jetzt in meinem Leben Gelassenheit und Frieden zu fühlen. Ich entscheide mich jetzt in meinem Leben Gelassenheit und Frieden zu fühlen. Ich entscheide mich jetzt in meinem Leben Gelassenheit und Frieden zu fühlen. Mit dieser Technik harmonisierst du dieses starke Gefühl, dass du einfach immer perfekt sein musst. Du nimmst dich an, so wie du bist, denn es geht nicht ums Perfektsein. Es geht darum, dass wir erkennen, dass wir immer unser Bestes geben. Und damit wir das jetzt noch wirklich tief verankern, dass wir immer unser Bestes geben und dass wir genug sind. Ich bin genug mit dem, was ich gebe und was ich bin. Verwende ich jetzt folgende Technik. Das ist auch ein Tapping und das aktiviert das ganze System. Dabei klopfe ich mit den Handaußenflächen, das ist der Karatejob, in die andere Handfläche hinein. Und dabei sage ich, ich bin genug. Ich bin genug. Ich bin genug. Das ganze kannst du so lange wiederholen, bis du spürst, dass du eine Stabilität, ein sicheres Gefühl wieder in dir wahrnimmst. Und du kannst das so oft wie möglich auch am Tag wiederholen. Wichtig ist, dass du es wirklich regelmäßig machst, bis du spürst, dass dieses Gefühl von Stress, dieses Gefühl von Enge und du musst einfach alles können, wieder in eine Gelassenheit zurückkommt. Ich wünsche dir viel Erfolg mit dieser Technik und freue mich über dein Feedback, wenn du es auch angewandt hast. Danke dir. Tschüss.